Wir stehen hier heute 20. Mal. Wir feiern heute Jahrgangsstufe 12 von Vorfinanzierungsfäte vom städtischen Gymnasium. Mal eine Frage. Wie viele Gäste haben wir ungefähr heute Abend anwesend, erfahrungsgemäß? Ich habe da keine Hand gehabt. 400, 500? Ein bisschen mehr. 500, wollen wir mal schauen, was sich hier eignet. Hoffentlich kriegen wir ein paar gute Aufnahmen zusammen, sodass die Kids auch für den 13. Jahrgang für den Abi-Balli-Funde zusammensammeln. Noch mit? Eine Frage, erfahrungsgemäß, wie viele Gäste heute schon anwesend sind? Das sind ungefähr 1.300 Gäste. Über 1.300 Gäste. Da kommt natürlich einiges für den Abi-Ball zusammen. Wollen wir mal schauen, was wir noch an Kameraaufnahmen zusammenkriegen. Hallo! Kommt mit! Wir sind hier auf der Vorfinanzierungsfäte. Wir haben es wieder mal geschafft und sind gratis drin. Wer seid ihr denn? Wir sind vom städtischen Gymnasium in Kamm. Wir machen eine Kameraaufnahme. Ihr seid vom städtischen Gymnasium in Kamm? Das ist unglaublich. Und ich? Ich bin auch vom städtischen Gymnasium in Kamm. Erfahrungsgemäß, wie viele Gäste heute Abend anwesend? 400? 500? Nein! Hey, hey! So, äh, Kommentare, ne? Von diesen Wähleraden an. Kurzes Statement. Also, ich würde mal schätzen, 1.100? 1.400. Okay. Auf jeden Fall nicht. Wie warst du heute am Start? Ich bin nicht am Start, weil ich meine Freundin habe, die auch hier investiert. Und mich würde in diesem Zusammenhang interessieren, was ihr hier macht. Wir haben gesagt, komm, wir begleiten das Ganze mal. Filmtexten. Ja. Das ist in Ordnung. Hey, deshalb stehen wir hier. Ja, finde ich vollkommen in Ordnung. Super, alles klar. Welche Stufe seid ihr? Ja, wir sind aus der Schule raus. Ah! Ey, yo, ey, yo. Deine Eltern sind auf einem Tennisturnier. Du machst eine Party, wie nett von dir. Ja. Impulsive Menschen kennen keine Grenzen. Schweiß die Möbel aus dem Fenster. Wir brauchen Platz zum Danzen. Ich meine Eltern sind auf jeden Fall. Ich bin nicht auf jeden Fall. Ich bin typisch. Ich weiß, bloß dich. Ich bin und deshalb. Deine Eltern sind wahnsinnig. Und ich bin nicht im Allem. Ich bin nicht auf jeden Fall. Ich bin nicht auf jeden Fall. Ich bin nicht auf jeden Fall. Ein bisschen Gold und Silber, ein bisschen Glitzer-Glitzer Habt ihr nichts zu fressen hier? Ich will Pizza Deine Mutter hat gesagt, tragt nicht so viel Dreck rein Auf dem Foto in der Küche sieht sie aus wie Katja Elbstein Wir werden jetzt mal einen der Fachmänner hier interviewen, wie der Alkoholkonsum gibt da bei den Jungen gespült Generell der Konsumverhalt der Jungen-Glitzer-Glitzer-Saison gibt nur Bier und für unter 18-Jährige nur Bier Dein Schnappchen gibt es, das finde ich gut Und wie sieht sich generell um die Uhrzeit? Beherrschen die Kids noch? Ja, noch mehr Noch keine auswendigste Ordnung? Ein bisschen, noch ganz wenig Also das was man alles in den Medien noch sieht, also Exzent saufen, Flatbed saufen, hier ist es alles Gibt es hier auch nicht Machen wir auch nicht mit Freut mich super geil dich zu sehen Das geht Mal eine kurze Frage, wenn man so dein Brightiges Level von der Stufe Wolke 1 bis Wolke 18 beschreiben könnte Ungefähr, welche Wolke? Wolke 7 Wolke 7 Meinst du, ich könnte dir mit dem Wolke 1 auf die Schluck auf Wolke 8 verhelfen? Gut, dann nimm den Schluck, Bruder china mit dem wsche denn w何 das sie diese sie 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 Wir tanzen auf den Tischen, die Stimmung ist beschissen. Ich will nackt sein, im Pool kann man sich erfrischen. Die Boxen von deinem Vater, nehm ich mit in die Sauna. Ich mach einen Aufguss mit der Hausbar und dann geh ich lauter. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah, Krabball und Remy, Demy. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah, Krabball und Remy, Demy. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah, Krabball und Remy, Demy. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah, Krabball und Remy, Demy. Ey, spießt man nicht so rum ey, wir wollen nur was erleben Privat bei reichen Eltern, was kann es Schöneres geben? Untertitelung des ZDF, 2020